Der Bosskampf gegen Rinala, die Königin des Vollmonds, ist gelinde gesagt ein wenig verstörend. Aber meiner Meinung nach auch einer der einfacheren Bosskämpfe im Spiel. Außerdem bekommt ihr die Möglichkeit, wenn ihr Rinala besiegt habt, eure Attribute zurückzusetzen. In diesem Video zeige ich euch meiner Meinung nach den einfachsten Weg, um diesen Boss zu legen. Rinala ist der Gebietsboss von Liurnia und ihr findet sie im Zentrum Liurnias in der Akademie. Die erste Phase ist eigentlich nicht großartig der Rede wert. Rinala schwebt über dem Raum in einer Kugel und ist nicht angreifbar, hat aber viele kleine Ads auf dem Boden kriechen, die euch beschießen und mit Feuer bespucken. In dieser Phase ist gutes Gehör gefragt, denn drei der Ads singen. Und genau diese Ads müsst ihr umkloppen, um Rinala angreifbar zu machen. Also hört genau hin, aus welcher Ecke der Gesang kommt und achtet auf ein gelbliches Leuchten um den Ad herum. Die anderen Viecher könnt ihr links liegen lassen. Versucht den Büchern auszuweichen und kommt nicht zu nah an die Feuerspucker dran, dann sollte das Ganze kein großes Problem sein. Es empfiehlt sich außerdem in dieser Phase noch nicht euren Geisterbegleiter zu beschwören und auch keinen Gegner direkt anzuvisieren. Wenn ihr einen Gegner anvisiert, verliert ihr ein bisschen den Überblick. Ohne Anvisieren geht das Ganze leichter, ihr könnt besser um euch herum gucken und somit die singenden Gegner besser ausfindig machen. Sobald ihr die drei singenden Gegner besiegt habt, geht Rinala zu Boden. Das ist nun eure Chance. Visiert Rinala an und haut mit allem, was ihr habt, auf sie drauf. Wenn ihr bereits gut ausgerüstet und einigermaßen hochgelevelt seid, könnt ihr Rinala in einem Zug somit besiegen. Solltet ihr es nicht beim ersten Mal schaffen, dann achtet darauf. Sie fängt irgendwann an, leicht gelblich zu leuchten, dann solltet ihr ein Stück zurückgehen, da sie da eine Flächenattacke zaubert und euch somit Schaden machen würde. Sie geht dann zurück in ihre Kugel, das heißt dann für euch nochmal drei singende Gegner umklatschen und wieder auf sie rauf. Das war allerdings nur die erste Phase. Danach geht sie in ihre zweite Phase, die dann auch ein wenig schwieriger ist. Dafür ist die zweite Phase atmosphärisch einfach genial. Die Location ist wunderschön und der Kampf ist wirklich episch. Wenn die zweite Phase beginnt, dann bleibt auf gar keinen Fall stehen, denn Rinala packt sofort ihren stärksten Zauber in dieser Phase aus. Das ist auch der Zauber, auf den ihr am meisten achten müsst. Wenn sie anfängt, so eine schwarze Kugel vor sich zu zaubern, dann heißt es für euch Ausweichrolle. Der Strahl, den sie dann nämlich auf euch schießt, kann euch locker one-shotten. Von daher sollte euer Hauptaugenmerk darauf liegen, diesem Strahl immer auszuweichen. Das heißt immer, wenn ihr diese Sequenz seht, also diese Beschwörung, dann macht euch auf den Strahl gefasst und weicht aus. Selbst wenn euch dieser Strahl nicht one-shotten sollte, wird er massiv viel Schaden machen. Von daher weicht auf jeden Fall aus. Wenn ihr diesem ersten Beschuss ausgewichen seid, dann ist eure Zeit gekommen, euren Geisterbegleiter zu beschwören. Für mich hat sich da der Sturmfalke den als sehr hilfreich erwiesen. Der hat Rinala gut abgelenkt und vor allen Dingen auch die Ads abgelenkt, die sie beschwört. In regelmäßigen Abständen beschwört Rinala nämlich Geister von Gegnern, denen ihr mit Sicherheit schon mal begegnet seid. Das können kleinere Ads sein wie die Geisterwölfe, aber auch schnelle Ads wie der Bluthund oder sogar ein Drachen. Diese verschwinden allerdings nach einiger Zeit wieder. Das heißt, ihr müsst sie nicht besiegen, sondern könnt euch weiter auf Rinala fokussieren. Die beste Möglichkeit zum Angriff ist nach ihrem großen Strahl. Wenn ihr diesem ausgewichen seid und sie immer noch in der Cast-Animation ist, könnt ihr gut auf sie zurennen und zwei bis drei Schläge setzen. Generell habt ihr jedes Mal, wenn Rinala einen Zauber gesprochen hat, eine gute Chance auf sie zuzurennen und ihr ein bis zwei Schläge zu geben. Aufpassen müsst ihr dabei nur auf ihre Nahkampfattacke. Sie hat eine Attacke, in der sie so Magiesplitter auf euch schleudert. Also wenn ihr nah an ihr dran seid und sie anfängt zu leuchten, dann solltet ihr wieder etwas auf Abstand gehen. Das Gute ist, dass Rinala nicht viel aushält, das heißt, ihr solltet eigentlich relativ gut mit ihr fertig werden. Wenn ihr Rinala dann besiegt habt, werdet ihr zurückgeportet in den Raum der ersten Phase des Boss-Fights. Dort habt ihr nun einen Ort der Gnade und außerdem sitzt Rinala dort nun als ansprechbarer NPC. Sie gibt euch nun zwei Optionen. Zum einen die Wiedergeburt. Das ist der Punkt, mit dem ihr eure Attribute zurücksetzen könnt. Das könnt ihr allerdings nur mit einer Larventräne und dieses Item ist einigermaßen selten. Von daher ist es nicht möglich, endlos seine Attribute zurückzusetzen, sondern das Ganze ist recht begrenzt und sollte mit Bedacht gewählt werden. Die zweite Option, die euch Rinala gibt, ist eigentlich relativ langweilig. Die Anpassung bedeutet einfach, dass ihr wieder euer Äußeres verändern könnt, also sozusagen dieselbe Funktion wie der Spiegel in der Tafelrunde. Außerdem bekommt ihr von Rinala natürlich auch wieder ein Echo, das ihr bei der Fingertante eintauschen könnt. Zum einen gegen das karianische, königliche Zepter und Rinalas Vollmond. Habt ihr Rinala schon besiegt? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video ein bisschen geholfen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu Elden Ring versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen! 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 Vielen Dank.